Ja, willkommen zu A New Beginning. Wir sind mit Bent und Fee in der Forschungsstation. Wir haben uns getrennt und wir sind in einem Teil der Forschungsstation und wir schauen uns erstmal um. Da ist nichts weiter. Keine verschlampten Akten, nichts. Nur was auf den ersten Blick schon zu sehen war. Nichts. Bent, würdest du bitte die Tür zu unseren Privaträumen schließen? Ich glaube, du hast da nichts verloren. Natürlich habe ich da was verloren. Das war mal mein Schlafzimmer. Richtig. Aber seitdem du weggegangen bist, wurden all deine Habseligkeiten entfernt. Ich habe das selbst überwacht. Und jetzt schließe bitte die Tür, sonst mache ich daraus eine Staatsaffäre. Mann. Unser altes Schlafzimmer. Schauen wir uns die Statistik mal an. Die Blaualgenwerte sind in den letzten Monaten immer weiter gesunken. Aber warum? Ob da jemand manipuliert? Ein Topf. Nehmen wir gleich mit. Kann man immer gebrauchen, um heiße Sachen aus dem Ofen zu holen. Ein Messer zum Schneiden. Erstechen, erdolchen. Selbstverteidigung. Runter. Okay, hier geht es runter. Reden wir erstmal mit dem Duvel. Wie kann man seinen Sohn umsonnen? Tut mir leid. Ich wollte dich nicht bloßstellen. Wenn du Lissa suchst, sie ist im Bürolabor. Den Weg findest du ja sicherlich noch alleine. Die Alge, die du präsentiert hast, war unter aller Sau. Ich denke, ich verdiene eine Erklärung. Du irrst dich. Die Probe stammt von einer unserer leistungsstärksten Kulturen. Das glaube ich dir nicht. Zu meinen Zeiten konnte die Alge viel mehr als das. Da redest du dir was ein. So viel stärker war die Alge früher auch nicht. Sie war aber stärker. Und sie hätte die Investoren auch ohne mein Zutun überzeugt. Wenn du meinst. Ja. Das schaut alles nach Manipulation aus. Bist du immer noch wütend auf mich? Natürlich bin ich wütend. Wenn dir der Planet nicht wichtiger gewesen wäre als deine Familie. Dann hätten wir vielleicht noch eine. Meta hat mir nie gesagt, dass sie krank war. Wie auch? Du warst ja nie da. Du hast das Nasenbluten nicht gesehen, als es anfing. Du hast sie nicht gehalten, wenn sie das Bewusstsein verlor. Du hast sie nicht einmal ins Krankenhaus gebracht. Als es bereits zu spät war. Sie hätte mir doch nur einmal etwas sagen müssen. Hat sie aber nicht. Weil sie dachte, dass du es irgendwann vielleicht schon merken würdest. Tja. Pech gehabt. Da war es zu spät. Wie war das mit der Alge? Also nochmal. Was stimmt mit der Alge nicht? Mal sehen. Niemand interessiert sich dafür. Sie findet keinen Absatzmarkt. Die Forschung ist schweineteuer. Und keiner will das mehr bezahlen. Aber wir haben doch jetzt einen potenziellen Investor. Nur solange dein Betrug nicht auffliegt. Er wird nicht auffliegen, wenn du mir verrätst, wo die richtige Alge ist. Die richtige Alge also? Tja, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Na, was macht das Leben als neuer Forschungsleiter der Atlas 11? Was soll es schon machen? Es kotzt mich an. Kaum zu glauben, dass ich wirklich mal so werden wollte wie du. Ja. Diese Verantwortung ist erdrückend. Du trägst jetzt viel Verantwortung. Zukunft der Welt hängt von deiner Forschung ab. Die Zukunft der Welt ist aber nicht meine Zukunft. Ich will nicht so enden wie du, Vater. Ich will ein Leben haben, eine Familie. Stattdessen sitze ich hier fest. Hast du dein Leben so sehr? Tja. C'est la vie. So ist es nun mal. Tja, dann wärst du ein bisschen Verkäufer geworden oder sonst was, ne? Es tut mir leid. Gut zu wissen. Sonst noch was? Ich will doch nur wissen, was mit meiner Alge passiert ist. Siehst du, genau da liegt das Problem. Sie ist nicht mehr deine Alge. Dein Sohn ist jetzt für dein Lebenswerk verantwortlich. Ob das nun irgendjemandem in diesem Raum gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du hast ja nichts mehr verloren. Bis später. Ari Vedercic. Schauen wir erstmal unten hin. Hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Ne. Oh, der ist ohne gesprungen. Habt ihr jetzt gesehen. Oh, Waschmaschine. Schleusensteuerung. Auch für hier wahrscheinlich. Okay. Schauen wir uns in die Waschmaschine um. Gucken wir was rein. Äh, durchsuchen. Ein paar Laborkittel und zwei Jeans. Nicht weiter von Interesse. Tch. Lissas alte Waschmaschine. Scheint sich immer noch gut zu halten. Können wir die aufmachen? Die haben noch nichts rausgenommen, oder? Nö. Das hergert mich jetzt. Öffnen. Euch zu retten. Ein paar Laborkittel und zwei Jeans. Nicht weiter von Interesse. Die? Ah, die eine geht auf. Aber. Aber wie? Äh? Okay, ich wollte sie wieder zumachen. Plötzlich ist die Bedienung nicht mehr da. Na, da gehen wir mal hier rein. Das ist ja nicht sehende Sache. Selbst wenn ich den Schlüssel für die Tür hätte, bezweifle ich, dass ich dahinter etwas Nützliches finden würde. Selbst wenn ich den Schlüssel... Ach, den Schlüssel haben wir nicht. Messer. Schrott. Ach, ich hab gedacht, da müssen wir erst links rein und dann rechts rüber. Okay. Jetzt kommen wir von hier wahrscheinlich. Schleusentür. Pumpe. Anziehen. Die Pumpe regelt den Luftdruck im Labor und sie arbeitet am besten, wenn man sie in Ruhe lässt. Das ist meistens... Ne? Dann kommen wir da hoch. Ach, da sind wir wieder oben. Ähm. Dann kommen wir in Richtung Wieselseite. Ne, die Tür ist zu. Das wissen wir. Ja, was können wir denn hier machen? Hier gehen wir runter. Ach, dann gehen wir rüber. Oder hier. Öffnen. Oder... Ich weiß eigentlich nicht so recht, was wir suchen. Wir suchen irgendwie die Alge. Oder was mit unserer Alge passiert ist. Ach, Bürolabor sind wir jetzt. Okay. Ist ja richtig groß hier. Ich kann nicht viel machen. So stümperhaft wurde ich schon seit Jahren nicht mehr erschreckt. Hallo, Ben. Schön, dich zu sehen. Ich dachte, ich sehe mal nach dem Rechten. Aha. Aha, was? Darf ein alter Ruheständler nicht mal seine ehemaligen Kollegen besuchen? Natürlich darf er das. Nur kenne ich dich gut genug, um zu wissen, dass das nicht der einzige Grund sein kann. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ja. Du verhasst mich. Ich weiß. Er macht dich immer noch für Meters Tod verantwortlich. Womit er auch recht hat. Sie war krank, Ben, und sie hat es dir nicht gesagt. Weil sie wusste, dass ich niemals meine Arbeit für sie aufgeben würde. Im Gegenteil. Du hättest alles für sie hingeschmissen und diese Verantwortung wollte sie nicht tragen. Dieser Hang zur Selbstaufopferung, der muss in eurer Familie leben. Was ist mit der Alge passiert? Wovon sprichst du? Ich war gerade auf der Präsentation für die Investor. Die von euch präsentierte Alge war grauenhaft schlecht. Ach, Ben, du übertreibst. Weißt du, wie ich mich geschämt habe? Ich kann verstehen, wie du dich fühlst, aber... Bitte halte dich da raus. Aber... Vertrau mir. Es ist so besser für dich. Lisa, was ist hier los? Lisa, was ist hier los? Du verheimlichst mir doch etwas. Ben, bitte. Das hatten wir doch schon mal. Niemand ist schuld an unserer momentanen Situation. Wir haben einfach nur Pech. Ja, das glaube ich auch nicht. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser, ja. Wie geht es Duwe denn? Frag ihn doch selbst. Wenn ich mit ihm rede, schimpft er die ganze Zeit nur. Ach, hör da nicht drauf. Ich glaube, es geht ihm besser, als er nach außen hin zeigt. Er hasst sein Leben auf der Bohrinsel. Wenn er es wirklich hassen würde, dann wäre er schon lange weg. Mach dir keine Sorgen. Er kommt schon klar. Ja, nochmal wegen der Alge. Nochmal wegen der Alge. Es stimmt. Ich bin nicht mehr für die Forschung verantwortlich. Aber ich habe das ganze Projekt mit aufgebaut. Ich verdiene eine Antwort. Wenn du bei der Präsentation warst, dann kennst du die Antwort doch bereits. Wir haben kein Geld mehr. Das heißt, keine neuen Geräte, keine Reparaturen, keine qualifizierten Fachkräfte. Und schlechtere Forschung bedeutet wiederum weniger Investitionen. Ein Teufelskreis. Ich werde es schon noch herausfinden. Bitte lass es sein. Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Du klingst wie Dr. August. Du sagst, das ist nicht meine Verantwortung. Weißt du, wie du dabei klingst? Nein, Bent. Wie klinge ich denn? Wie meine Therapeutin. Das passt. Dr. Lissa Hinrichs. Offizielle Svensson-Familientherapeutin. Ja, da ist was dran. Was hat Geld mit der abnehmenden Algenleistung zu tun? Wir arbeiten unter enormem Druck. Unter katastrophalen Bedingungen. Hochdruck. Hochdruck. Und die Alge leidet mit. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser. Ja. Lass uns über etwas anderes reden. Nochmal wegen der Alge. Nochmal wegen der Alge. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser. Ja. Nochmal wegen der Alge. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser. Komme ich hier noch raus? Ich sehe, du bist beschäftigt. Später, ne? Wollen wir lieber später weiterreden. Wichtig ist nur, dass wir weiterreden. Warum treffen wir uns später nicht einfach in der Küche und kochen was zusammen? So in zwei Stunden zum Feierabend. Ich bin dabei. Schön. Ich freue mich drauf. Ja, die Mystik ist schön im Hintergrund. Können wir hier noch was untersuchen? Ach, Kunstschrank. Vielleicht gibt es da ein Bier. A 23 G. A 36 G. C 17 F. Die Anzahl der verschiedenen Proben ist enorm. Ich muss schon ganz genau wissen, wonach ich suche. Ah, da bräuchte ich mir jetzt Hinweise. Wo findet man die? Keine Ahnung. Nehmen wir erstmal einen Koffee und Wasser. Wasser trinken nicht vergessen. Ich weiß. Toll. Wasser trinken nicht vergessen. Ich weiß. Ja, nimm doch eins. Ach, Benz. Benzen. Ich habe das Gefühl, dass wir... Können wir da im Schrank schauen? Ah, hier wollte ich nicht nach oben. Spinnt. Dieser Kittel kommt mir verdächtig bekannt vor. Da steht sein Name drin. Ha, wusste ich es doch. Das ist mein alter Kittel. Was? Der im Spind? Hätte nicht gedacht, dass ihr den noch habt. Bist du jetzt sentimental? Du würdest sie den manchmal an, wenn er sauber macht. Ha. Deswegen ist es so dreckig. Wo haben wir den? Jetzt mal riechen. Uuuh. Das waren noch Zeiten. Was ist denn das? Eine alte Algenprobe von mir. Was macht die denn hier? Das hier war noch leistungsstark. Lesen. Man kann es kaum noch lesen. Aber hier steht etwas in meiner Handschrift. D54A. D54. Das ist die Delta-Alge. Unsere leistungsstärkste Kultur. Ich verstehe nicht, warum Duwe die heute nicht präsentiert hat. Ja, vielleicht war das die stärkste Alge. D54A. Das sollten wir uns vielleicht mal merken. Schauen wir mal im nächsten Schrank. Suche beendet. Der Schrank ist leer. Okay, und hier? Suche beendet. Der Schrank ist leer. Ja, jetzt können wir vielleicht unsere Algenprobe rausnehmen. Das klingt aber richtig nach einer Beschwörung, dass die die gute Alge weg haben. Ja, ob der Duwe bezahlt wird von den Indiz-Kraftwerken. Hm, naja, das sehen wir dann im nächsten Teil. Okay, mach's mal gut, mach's besser. Aber ja, Christian. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020